Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Jetzt im Juni ist es endlich soweit. Die Jurassic World Trilogie wird zu Ende geführt mit einem riesigen Film. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, obwohl ich noch nicht so ganz weiß, was ich jetzt da genau erwarten kann. Lego scheint scheinbar viel zu erwarten, denn sie bringen jetzt im April direkt elf neue Jurassic World Sets auf den Markt. Und die gucken wir uns in diesem Video mal etwas genauer an, beziehungsweise besser gesagt die neuen Sets, die im regulären Handel erhältlich sind. Die wurden mir hier von JP Spielwaren für einen Review zur Verfügung gestellt, deshalb können wir uns die jetzt schon ansehen. Die zwei Sets, die exklusiv sind, zeige ich euch dann in späteren Reviews nochmal. Insgesamt haben wir hier 2447 Einzelteile vor uns für eine UVP von 455 Euro, was einem Teilepreis von 18 Cent entspricht. Ob das in Ordnung ist oder nicht, das gucken wir uns gleich noch genauer an. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass hier ein Duplo Set mit dabei ist und dass es insgesamt 16 Dinosaurier auch noch in diesen Sets verteilt gibt, die wohl für die meisten auch der Kaufgrund Nummer 1 bei diesen Sets sind. Es ist aber wie gesagt so, dass die in den freien Handel kommen, das heißt die werden auch noch rabattiert. Die Links zu allen Sets mit Rabatt findet ihr in der Infobeschreibung. Starten wir mit den Dinosauriern. Falls ihr noch nie so ein Jurassic World Set in der Hand gehabt habt, die sind so verpackt. Das finde ich ziemlich clever gemacht, weil so die Teile nicht kaputt gehen. Und wenn wir hier an der Seite diese Lasche lösen, dann können wir die Teile da ganz entspannt herausholen. Und es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn die Dinosaurier irgendwie auf Bricklink weiterverkauft werden, weil sie dann so einen besseren Zustand haben. Die Dinosaurier können teilweise echt teuer werden. Fängt so bei 20 Euro an, je nachdem wie hoch die UVP des Sets gewesen ist, bis hin zu einem dreistelligen Betrag bei bestimmten, wie zum Beispiel dem Indominus Rex. Neu in diesem Film ist der Giganotosaurus und so ist es auch die Figur, die Lego dazu gemacht hat. Hier könnt ihr sehen, die sind Stücken größer als ein regulärer T-Rex, den wir uns gleich auch noch genauer ansehen werden, vor allen Dingen der mittlere Part. Und er ist dann quasi der Gegenspieler zum Tericinosaurus, der ebenfalls in dem größten Set für 31 Euro enthalten ist. Er hat dann vorne noch so Krallen dran, neuen Mold für sein Gesicht, sieht ein bisschen aus wie eine Schlange und einen etwas dünneren Körper. Gemeinsam mit den zwei T-Rexen sind diese beiden die größten in der aktuellen Welle. Es gibt zwar auch noch einen gebauten Tyrannosaurus Rex in dem 18 Plus Exklusivset und auch noch mal einen Triceratops. Für mich sind diese Figuren aber auf jeden Fall das Highlight. Ich habe damit früher super gerne gespielt und deshalb kann ich sagen, man kann mit den Figuren sehr gut spielen. Ob es sie jetzt wert sind, dass man für ein 140-Teile-Set 50 Euro ausgibt, da kommen wir dann später noch mal zu. Es gibt natürlich auch noch die Flugsaurier. Wenn ihr alle Sets kauft in der neuen Welle, habt ihr davon zwei. Einerseits hier den kleinen Petaranodon, der dann halt seine Flügel nach oben und nach unten bewegen kann. Und der Mund lässt sich öffnen, indem ihr quasi den Oberkiefer bewegt. Der untere Teil ist fest, nur das obere lässt sich dann bewegen. Und mit seinen Füßen hier hinten kann er auch noch normale Bar-Teile greifen, wie zum Beispiel diese Waffe. Das hier ist der größere Flugsaurier aus dem 50 Euro Flugzeug-Set. Da seht ihr ganz klar den Größenunterschied zum Petaranodon. Der lässt sich dann auch noch mal in der Einstellung der Flügel verändern. Und ihr könnt die Flügel dann auch noch mal so hoch und runter bewegen. Hier vorne hat er auch noch mal solche Fühler dran. Und mit den hinteren Füßen könnt ihr auch wieder solche Teile ergreifen. Diese goldenen Elemente hier auf dem Flügel sind übrigens auch Prints. Genauso wie die Details an seinem Kopf. Und man kann den Kopf natürlich, den Mund natürlich auch noch mal öffnen. Diese acht Dinos sind dann die kleineren. Einerseits haben wir hier zwei Dino-Babys. Einmal so mit Violett und so ein bisschen Grün. Beta und Blue, auch noch zwei Raptoren. Einerseits hier die kleinere Raptoren-Variante und die größere, die wir schon etwas länger kennen. Die dann auch noch bewegliche Beine bzw. Arme hat. Und den Mund könnt ihr natürlich auch noch öffnen. Dann haben wir aber auch die kleineren bzw. gedownsizeden Dinos dabei. Da lassen sich die Beine dann nicht mehr bewegen und die Arme. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Da könnt ihr aber immer noch den Mund öffnen. Das ist der Dilophosaurus. Genauso wie zwei Atrossy-Raptors. Die können dann auch wieder ihren Mund öffnen. Und sind halt hier in unterschiedlichen Farben mit dabei. Genauso wie der Pyroraptor. Das ist ein neuer Mold. Seht ihr hier mit diesen Streifen hinten auf dem Hinterkopf und diesem etwas breiteren Schwanz hier. Ach und fast vergessen hätte ich diese drei Duplo-Dinosaurier. Einerseits haben wir hier einen Flugsaurier und auch nochmal einen Triceratops. Sehen ja ganz süß aus. Wo ich mir allerdings echt hops genommen vorkomme, ist hierbei. Das ist ein Brachiosaurus. Es gibt einfach aktuell gar keinen Brachiosaurus. Und es gab schon lange keinen Brachiosaurus mehr in den regulären Sets. Bitte macht einen neuen Brachiosaurus. Die drei gehören hier zu dem 20 Euro Duplo-Set. Wo dann auch noch Claire Dearing mit enthalten ist. Die so aussieht, als ob sie sehr viel Fahrrad fährt. So wie hier so eine Höhle und ein Lagerfeuer und ein Baum. Okay, zugegebenerweise vielleicht sind die Duplo-Sets für euch nicht ganz so interessant. Vielleicht schon eher die 4 Plus-Sets. Da haben wir hier einerseits den Pteranodon Chase. Den habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Hier sind Maisie und Owen Grady mit dabei. Ich muss sagen, Maisie hat hier eigentlich ein ganz cooles Oberteil. Und die scheinen hier gerade irgendwie am Angeln zu sein am Strand. Ist natürlich alles 4 Plus. Deshalb schaut euch mal diesen Buggy überhaupt an. Also es sieht nicht gut aus. Ich würde auch bei dem hier jetzt sagen, wenn man den T-Rex mal zur Seite packt, dass es sehr hingeklatscht aussieht. Allein hier dieser Helikopter-Dings. Also das steht wirklich nur auf diesen beiden Stützen. Und auch der Helikopter wirkt halt noch ein wenig unvollständig. Dafür sind es immerhin hier alles Prints in den 4 Plus-Sets. Hier hinten könnt ihr die Klappe aufmachen oder eine von den drei Minifiguren reinsetzen. Wir haben hier einen Wildlife Guard Sia sowie Owen Grady, der dann einen Mantel über seinem Hemd anhat. Und hier drüben noch so eine kleine Station. Da könnt ihr halt mit dem T-Rex nochmal hier die Wand einrennen. Und diese Kabel, also das wirkt alles so ein bisschen lustlos, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es erfüllt natürlich seinen Zweck. Man kann den T-Rex dahinter stellen. Ob der jetzt da nicht einfach so drüber steigen kann, wage ich zu bezweifeln. Oder auch diese Kommandostation. Das ist einfach nur so eine halbe Hülle, wo dann oben so ein paar Teile draufgestellt werden. Da drin würde ich mich nicht vor einem T-Rex verstecken. Dafür ist aber natürlich der T-Rex das Highlight an diesem Set. Wir haben hier überall Prints auf den Beinen, auf dem Schwanz hinten drauf. Ihr könnt die Arme vorne bewegen. Und natürlich auch den Kiefer. Und der lässt sich auch in alle Richtungen verstellen, wie man halt gerade lustig ist. 15% Rabatt gibt es da jetzt schon auf die beiden. Das heißt, keiner muss hier die UVP bezahlen, wenn er das gerne haben möchte. Trotzdem finde ich 121 Teile für 50 Euro Liste, beziehungsweise mit Rabatt, halt ein bisschen weniger. Immer noch sehr, sehr viel. Das reißen dann auch die paar Prints nicht wirklich raus. Auch wenn es lange nicht perfekt ist, preis-leistungsmäßig. Das beste Set ist für mich das Atraceruptor Chase Set. Da haben wir drei Dinosaurier mit dabei. Den weißen Atraceruptor, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Bis hier oben so auch noch so ein bisschen gummiartig. So wie die zwei kleinen Dinosaurier-Babys, die er dann auch noch spielen können. Genauso wie Owen Grady auf seinem Motorrad. Und Rain Delacour. Der hat dann eine Betäubungspistole in der Hand und einen ziemlich coolen Print hier. Nicht nur für sein Gesicht. Da ist so eine Art Schlange, die dann da rausguckt. Ich weiß nicht, ob das ein Tattoo sein soll. Aber auch für sein Torso, welcher dann übergeht in die Beine. Und er scheint auch noch eine Art Handschuh oder vielleicht auch mit mechanischem Arm zu haben. Das werden wir dann im Film alles erfahren. Und die Teile, die hier noch mit drin sind, würde ich sogar sagen, wenn man halt bedenkt, dass man das Set vor allem für die Dinos kauft, dass man die auch noch gut wiederverwenden kann. Jetzt haben wir hier dieses Tor, welches ihr einreißen könnt, wenn ihr da mit dem Dino durchlauft. Wir haben hier so einen kleinen Kopf, den man auch ganz gut irgendwo als Dekoration verwenden kann. Diesen Stand hier könnt ihr auch noch wegsprengen. Da gibt es aber auch noch einen Print, wo dann eine Mücke im Bernstein gefangen ist. Und diese runde Plate soll dann, glaube ich, symbolisieren, dass die Dinosaurier da im Kreis laufen. Sind zwei Zahnräder unten eingebaut. Mehr ist das nicht. Jetzt legen wir nochmal 10 Euro drauf, den Blue und Beta Velociraptor Capture. Naja, es ist bei diesem Set ähnlich wie bei den anderen. Ich würde es eigentlich nur für die Dinosaurier kaufen. Wir haben hier nochmal Rain de la Cour mit dabei. Genauso wie nochmal Mace. Sie hat exakt den gleichen Print wie in der Juniors-Reihe, nur jetzt hier eine Mütze auf. Das ist dieses Dual-Molded-Teil mit den Haaren und der Mütze. Das ist relativ neu. Finde ich ziemlich cool. Dann haben wir hier nochmal so eine Rampe, wo sie mit ihrem Fahrrad drüberfahren kann. Ich weiß nicht, warum sie mit Fahrrädern Dinosaurier verfolgen muss. Aber wir werden es im Film sehen. Und diese kleine Falle hier könnt ihr auch nochmal aufbauen, mit dem ihr dann Beta gefangen nehmen könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr diese Falle hier hinten auch in das Auto hereinstellen. Aber dieser Pick-Up, das ist einfach das langweiligste KFZ, welches ich jemals aus Lego gesehen habe. Also es tut seinen Dienst, es fährt vor und zurück. Schaut euch mal an, wenn die Lego-Designer zu faul sind, hier vorne Sticker für das Nummernschild reinzumachen, dann wisst ihr, dass es einfach nur generisch ist. Also es ist wirklich absolut langweilig. Ich bin mal gespannt, was das für ein Pick-Up im Film sein wird. Cool ist dafür natürlich hier diese neue Version von Blue. Mund könnt ihr aufmachen, habe ich euch ja vorhin schon einmal im Close-Up gezeigt. Ist die Variante, die sich noch etwas mehr bewegen lässt von den Raptoren. Für 45 Euro Liste, beziehungsweise mit Rabatt 38 Euro, gibt es ein Set, bei dem dann auch die Minifiguren interessanter sind. Und zwar der Pyroraptor und die Lophosaurus Transport. Hier die Highlights, für mich jedenfalls Jeff Goldblum, beziehungsweise Ian Malcolm und Ellie Settler, die wir ja auch aus dem ersten Film kennen, halt in ihren etwas gealterten Zuständen. Und auch nochmal eine Guard-Minifigur. Ich habe damals selber Jurassic Park gebaut, beziehungsweise World. Solche Figuren kann man immer gut gebrauchen, damit sie halt irgendwie über die Dinosaurier aufpassen. Und dann natürlich auch noch den Dilophosaurus, sowie den Pyroraptor, hatte ich vorhin ja schon gezeigt. Und weil das hier ein Transport ist, könnt ihr die beiden Figuren, beziehungsweise eigentlich nicht beide, sondern immer nur eine Figur zur Zeit hier hinten auf den Anhänger packen und die dann quasi dort einsperren. Das ist dann quasi ein Anhänger, den ihr auch noch abkuppeln könnt. Steht dann hier vorne einfach so herum. Dann haben wir auch noch dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug finde ich gar nicht so schlecht. Sieht wesentlich cooler aus, als der Pickup aus dem letzten Set. Aber hier muss man halt sagen, dass die Sticker dem Ganzen noch so ein bisschen den Charme back nehmen, weil hier die Sticker einen ganz anderen Farbton haben als die Motorhaube an sich. Das hätte noch etwas heller sein müssen. Hier vorne jedenfalls dieses Teil auf der Windschutzscheibe. Das sieht sehr cool aus. Zwei Minifiguren haben da drin Platz. Wir haben hier oben die Möglichkeit, solche Accessoires noch dran zu hängen. So einen Schockstab und natürlich auch den Kofferraum. Da ist dann nochmal so eine, naja, Satellitenschüssel oder sowas in der Art drin. So wie ein Gewehr. Oder man kann da natürlich auch noch Minifiguren hereinsetzen. Aber auch hier muss ich leider sagen, dass das einfach nicht nach 45 Euro aussieht. Klar, man bekommt Rabatt drauf und so weiter. Und es sind auch neue Molds mit dabei. Aber come on, das ist schon heftig für so einen einzelnen Truck. Für 5 Euro mehr gibt es dann die Flugzeugverfolgungsjagd, die wir ja auch schon aus dem Trailer kennen. Wird wahrscheinlich eine sehr spannende Szene im Film dann auch sein. Drei Minifiguren sind hier mit enthalten. Einerseits natürlich Claire Deering und Owen Grady in sehr, sehr simplen Outfits. Aber auch nochmal Kyla Watts mit einem coolen Print hier mit dieser, naja, Fliegerjacke, die sie dort anhat. Und selbstverständlich auch dem Dinosaurier, dem Quetzalguatus. Ich habe es jetzt mal versucht auszusprechen. Lest es am besten hier ab. Ein wunderschöner Saurier. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder damit einiges an Spaß haben, wenn sie damit durch die Gegend fliegen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie halb so viel Arbeit wie in diesen Dinosaurier auch in das Flugzeug gesteckt hätten. Denn das Flugzeug sieht einfach irgendwie weird aus. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sehr, sehr basic alles. Ihr könnt hier vorne das Cockpit aufmachen. Da ist ein Sticker, da ist ein Sticker. Das sind 5 Sticker hier einmal drumherum. Cool ist, dass man hier noch so die Seitenfenster hat und sowas. So ein Teil, welches da eingelassen ist. Und dort passen tatsächlich auch alle drei Minifiguren herein. Das Cockpit lässt sich dann wieder schließen. Hier hinten haben wir tatsächlich auch noch ein wenig Platz drin. Das lässt sich dann einmal öffnen. Und dort ist dann so eine kleine Trage drin, die hier relativ frei drin hängt. Eine Taschenlampe, einen Maulschlüssel und halt auch nochmal einen Feuerlöscher. Die sind dann dafür gedacht, dass wir spielen können, dass die Triebwerke des Flugzeugs kaputt gehen. Die sind hier einfach nur mit so einem Plate Modified befestigt. Ich schätze mal, dass es auch noch irgendwie eine Szene im Film sein wird. Und man kann das Flugzeug relativ gut hier hinten packen und dann damit spielen. Auf drei Rädern kann es auch noch landen, weil die hier unter noch gebaut sind. Trotzdem fühlt es sich einfach irgendwie noch komisch an. Und auch wenn man hier wieder den Preis bedenkt, irgendwie überzeugt mich das Set noch nicht so ganz. Abgesehen von dem Flugsaurier, der ist natürlich klasse. Im zweitgrößten Set wird hier eine Art Gewölbe dargestellt, wie man auch gut im Hintergrund vom Karton erkennen kann. Vier Minifiguren, zwei Dinosaurier und einer davon ein riesiger T-Rex. Das kann ja fast nicht mehr schief gehen. Naja, gucken wir uns mal genauer an. Erstmal haben wir hier wieder Owen Grady und Claire Deering mit enthalten. In den absolut simpelsten Outfits, die man sich nur vorstellen kann. Genauso wie Rain de la Cour und Sojana Santos. Die sieht tatsächlich ziemlich interessant aus hier mit diesem Tuch, welches dann auf die Beine drüber geprintet ist. Ich bin mal gespannt, was sie für eine Rolle im Film haben wird. Und dann haben wir natürlich noch das Setup an sich. Einerseits hier wieder den Atrocey Raptor in diesem Orange-Sandfarben. Passt ganz gut zum Gewölbe und natürlich auch zum T-Rex. Ach, T-Rex ist immer was Cooles, den in der Hand zu haben. Schön groß. Natürlich nicht so groß wie der Gigant-Notosaurus, der gleich noch kommt. Es macht wirklich Spaß, damit zu spielen. Jedenfalls hat es mir damals riesigen Spaß gemacht. Natürlich nicht mit diesem T-Rex, sondern mit einem anderen. Dann haben wir hier nochmal diesen Truck, der gar nicht so schlecht aussieht. Hier so ein bisschen amerikanisch, finde ich, mit den Leuchten vorne dran, die man auch noch in der Höhe verstellen kann. Ist natürlich nicht dafür gedacht. Hier vorne kann man nichts mehr öffnen. Figuren könnt ihr da natürlich reinsetzen, beziehungsweise eigentlich eine Figur. Für zwei Figuren wird es ein bisschen eng. Nehmen wir einfach hier die Cockpit-Scheibe entfernt. So ein paar Ecken sind noch da. Da hätte ich mir ein paar mehr Details gewünscht. Also hier einfach die Noppen zu lassen. Na, ich weiß ja nicht. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist diesen Container herunterzunehmen. Ich muss sagen, mit Container sieht er nochmal besser aus als von vorne. Da ist dann einfach nichts mehr außer Rädern zu sehen. Und in diesem Container lässt sich dann natürlich der Dinosaurier verstauen. Da haben wir hier diese Bunkerteile vorne dran. Und das hintere Teil lässt sich tatsächlich auch öffnen. Und dann haben wir da einen Slider drin, auf den man halt den Atrocey-Raptor draufstellen kann. Tatsächlich seht ihr hier, da sind nochmal zwei mehr Jumperplates drin. Das heißt, ihr könnt entweder den anderen Atrocey-Raptor oder auch den Pyro-Raptor dort noch mit drin verstauen. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Funktion. Aber man hätte dann in diesem Set natürlich auch zwei Atrocey-Raptor-Figuren beilegen können. Hauptteil des Sets ist dann dieses Gewölbe. Naja, welches eher eine Bruchstätte ist, ist auch mit Absicht so gemacht worden. Ihr könnt halt hier hinten diese einzelnen Säulen und Pfeiler umreißen und mit dem T-Rex dann da quasi durchlaufen. Bin gespannt, was der genau im Film dann da machen wird. Könnt auch hier noch durch das Gewölbe mit dem T-Rex zumindest theoretisch durchlaufen. Dort unten sind dann zwei Eier und so eine Art, ich vermute mal, dass es ein Skelett sein soll. Genauso wie nochmal der Bernstein. Hier allerdings ohne jeglichen Print. Das finde ich ein wenig schade. Das gab es ja im 20-Euro-Set noch mit Print. Und diese Platten hier oben sind dann einfach nur, um da eine Spinne draufzusetzen oder Minifiguren. Aber verglichen mit den anderen Jurassic World Sets finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass man halt einen Truck mit dabei hat, der nicht schlecht aussieht. Der T-Rex und so ein bisschen Gewölbe, was man auch anders noch verwenden kann. Mit Rabatt, denke ich, kann man das mitnehmen, wenn man T-Rex haben möchte. Besser als das 4-Plus-Set mit dem T-Rex drin. Das am preisgemäßen teuerste Set in dieser Welle ist jedoch diese große Forschungsbasis mit dem Giganotosaurus und Tericinosaurus. Da haben wir jetzt wirklich ein Kracher-Set vor uns. Angefangen mit den Minifiguren. Okay, na gut, mit denen jetzt vielleicht nicht. Claire Dearing und Owen Gray, die sind mit am Start. Aber auch Alan Grant und Ellie Settler. Und für mich als jemand, der damals mit dem ersten Film aufgewachsen ist, sind das wirklich coole Figuren. Klar, sie sind jetzt hier gealtert. Ich finde, Old Man Allen ist definitiv die Beste von diesen klassischen Charakteren, die jetzt hier zurückkehren. Er hat auch noch hier den Bernstein in der Hand mit Print und ist bis jetzt auch exklusiv nur in diesem Set erhältlich in dieser Form. Genauso wie Dr. Henry Wu. Ziemlich simple Bedruckung hat er hier mit diesem Hemd und der Strickjacke, die er da anhat. Und Kyla Watts ist auch nochmal enthalten. Die kennen wir ja schon aus einem anderen Set. Dazu gibt es so ein kleines Erkundungsfahrzeug. Da können wir dann eine Figur draufsetzen, die das Teil dann steuert. Hier hinten auf der Rückseite ist noch eine Spitzhacke und die Möglichkeit, noch ein anderes Accessoire zu befestigen. Es gibt auch noch einen Helikopter. Ich würde sagen, es ist ein wesentlich besserer Helikopter als so manch andere, die wir schon gesehen haben. Gerade erst in diesem Video. Hier vorne könnt ihr das Cockpit aufmachen, eine Pilotin oder einen Piloten reinsetzen. Die Rotoren lassen sich drehen. Und diese Konstruktion hier finde ich tatsächlich ganz gut. Also für so ein Jurassic World Spielset eigentlich ein überdurchschnittlicher Helikopter. Aber dieses, was hier drin ist, das konnte ich noch nicht so ganz rausfuchsen, was das sein soll. Wird sich aber dann bestimmt im Film noch zeigen. Kann man mit ganz viel Fantasie vielleicht auch noch eine Minifigur reinquetschen. Zwei große Dinosaurier, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, sind natürlich auch enthalten. Die können dann sich hier ihren Bosskampf liefern. Ich schätze mal, das wird auch so dann der Höhepunkt des Films sein. Man hätte eigentlich auch einfach nur ein Set mit den beiden Dinos machen können, ohne die Steine. Aber nun gut, dafür haben wir jetzt immerhin hier diese Basis. Ich mag das mit dem Blau. Ich habe damals auch viele Klonbasen gebaut mit solchen blauen Fensterscheiben. Auch hier dieses Runde dann an der Ecke sieht interessant aus. Es gibt natürlich hier oben einen Helikopterlandseplatz, wo dann der Helikopter landen kann. Was meinen inneren Monk jedoch ein wenig stört, ist, dass sie hier so eine Kante gemacht haben. Also das Gebäude ist so schön rund. Und hier oben, diese beiden schwarzen Platten laufen dann hier als Kante zusammen. Das passt für mich noch nicht so ganz. Hier an der Seite ist der Eingang für das kleine Forschungsfahrzeug. Eine Überwachungskamera und ein paar Pflanzen stehen da auch noch. Sowie wahrscheinlich eine Tankstelle hier um die Ecke. Und das hier vorne ist dann der Haupteingang, der wiederum hier hinten in das Labor von Dr. Wu reinführt. Hier könnt ihr die Eier in diesem Gerät. Wir haben hier eine Spritze an so einem ausfahrbaren Arm und auch noch ein Mikroskop. Das ist eigentlich ganz nett gebaut. Und hier oben noch ein wenig Bernstein gelagert, so wie ein Schreibtisch und verschiedene Anzeigen über die einzelnen Dinosaurier. Das interessanteste Objekt in diesem Set ist aber für mich dieser Turm. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber zumindest theoretisch kann man da auch mit dem Helikopter oben drauf landen. Steckt er da einfach so drauf und dann steht er da halt. Wir werden sehen, ob es im Film drin ist. Was aber wahrscheinlich zu sehen sein wird, ist diese Funktion. Ihr seht, da vorne ist so ein kleiner Stöpsel. Wenn ihr den rauszieht, dann klappt sich hier vorne das Fenster aus. Das macht natürlich so keinen Sinn. Wenn wir jetzt aber den Dinosaurier daneben stellen, der dann quasi da reinbeißt und dann unsere Figuren hier aus dem Inneren herausholt, macht es schon mehr Sinn. Was ich euch allerdings nicht erklären kann, ist das Konzept von dieser Leiter. Also keine Ahnung, wer sich diese Leiter ausgedacht hat. Gut, vielleicht ist sie dafür gedacht, um aufs Dach zu kommen. Und im Inneren des Turms haben wir hier nur so ein Kontrollfeld und dort hinten nochmal zwei Anzeigen mit Stickern drauf. Nachdem wir uns jetzt alle Sets angesehen haben, können wir wohl ein knackiges Fazit bilden. Ich glaube, keins dieser Sets kauft man jetzt, weil man unbedingt die größte Bauerfahrung haben möchte. Ich denke, das sollte jedem, der das Video hier guckt, bewusst sein, dass man da sich in anderen Themenwelten umsehen sollte. Am ehesten würde ich sagen, dass man es kauft für die Figuren und halt vor allem für die Dinosaurier. Da sind coole Prints mit dabei. Ich denke, wenn man den Film gesehen hat und die einordnen kann, dann ist es auch noch cooler. Ich habe damals, wie gesagt, selber meinen eigenen Jurassic Park gebaut. Und da waren die Dinosaurier, vor allen Dingen diese größeren, halt super cool zum Spielen und zum Hinstellen. Da würde ich mir mit Rabatt auch das eine oder andere Set noch gönnen. Nur man darf halt nicht allzu viel vom Bauerlebnis bei dem Preis erwarten. Das ist allerdings leider bei der Jurassic World Reihe wohl der Normalfall. Hier findet ihr noch mehr neue Lego Reviews. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn es euch gefallen bzw. nicht gefallen hat. Und bis dahin, ciao, ciao.